Super, dann haben wir die Tür schon mal auf. Unser Meister sagt uns, was wir zu tun haben. Moin Moin. Ich bin... Abgesandte. Was denn? Ja, gut, da wäre ich auch nicht gerade bester Laune. Muss man schon sagen. Na, na... Machen wir jetzt... Erstmal Feierholen, weil ich drauf in Fackeln gesehen habe. Viel leicht lässt sich ja damit irgendwann anfangen. Na los, na los, na los, na los. So, ähm... Ich weiß, man kann eigentlich... Die Dinger entzünden. Yo. Coolio. Ähm... Ach... Wie schön, ich kriege jetzt Rüstung. Gott sei denn, das ist Spaß. 200 Robile, das ist doch nix. Mhm, 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 mhm. Und Bomben. Na gut. Dann, äh... Ach, jetzt ist das schon wieder aus, ich glaub's nicht. Ja, super, wir haben nur noch zwei Dekustäbe. Passt jetzt mal gar nicht hin, gerade. Ähm... Noch eins. Zwei und... So. Mh... Mh... Mal hin. Zwei und vier. Au. Wie sie sich jetzt so bewegt hat. Keine Ahnung. So, jedenfalls, das bewegt sich schon mal. Und... Mh... Die werden jetzt nicht zurück zum König gehen, weil sowas lassen wir uns auch gar nicht gefallen. Wir... Nehmen die Abkürzung in den Kukiri-Wald. Um dort jetzt einfach mal mit Salia zu sprechen. Na, wie sagt uns das verdauern? Muss ja irgendeinen Grund haben. So. So. Jetzt mal die Bomben entzünden sich da auch. Jo. Wunderbar. Tadaa! Oh mein Gott. Ist auch schon wieder da, was soll denn das? Oh klar, ich höre dir zu. Mhm. Mhm. Hm. Mh... Passt schon. Ja. Mhm. Wir müssen immer dann angeben, wo die Musik am lautesten ist. Da ist es jetzt nicht. So, was haben wir denn hier? Dann weiter nach da. Nein. Ich denke mal da lang, okay. Nein. Okay. Da lang. Ähm... Okay. Wow. Nice. Ähm... Okay. Wow. Okay. Also ein Wolf. Also ein Wolf. Das war doch nix. Naja. Hm. Hm. Okay. Ich denke mal hier werden wir nochmal mit einem anderen Schritt benutzen. Weil wir dann... ...die Geschosse, sag ich jetzt mal, wieder zurückwerfen können. ... ... ... ... ... ... ... ... keine Faktion her. So. Oh. Das ist sehr schlecht. Gib mein Herz. Ach manu. Verdammt. Verdammt. Ähm. Ja. Verdammt. Verdammt. Ja. 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 Gibt's. Das wir auch nie einfach mal Herzen kriegen. Das ist ja ... Das war alles reine Schigane. Naja, aber jetzt haben wir es ja zum Glück schon mal raus geschafft. Ähm, natürlich. So. Wunderbar. Ich habe jetzt wenig vor wegen so einem... ...lächerlichen Gedöns zu sterben. Das kämme mir nämlich echt ungelegen. Aber da fährt dann eine kleine Fährung. Und da sitzt die liebe Saria. Und so. Mhm. Uiuiui. Zu den Geistern des Waldes. Interessant. Ja. Aber warum nicht? Dann hau mal rein. Mhm. Achja. Sali das Lied. Soll das sein? Ein Handy oder was? Ich kann mich jederzeit mit dir in Verbindung sitzen im Besuch. Naja. Aber... Jetzt haben wir Salias Lieder lernt. Das ist auch schon mal was Gutes. Mhm. Wäre noch besser, wenn ich irgendwo meine Herzen auffällen könnte. Mit dem Dingern könnte man auch noch irgendwas machen. Was war denn nochmal? Hm? Irgendwas konnten die. Hm. Ja, was willst du mir denn sagen? Ja, was willst du mir denn sagen? Ach, wie ging das denn nochmal? Wie geht's ja später? Naja. Okay. Dann, äh... Mal Flux wieder zurück. Aber... Jetzt gehen wir mal oben lang. Und... Da ist ein Loch. Wir gehen jetzt auch einfach mal ins Loch rein. Schauen wir mal was wir da unten so finden. Und... Es ist eine Ferienquelle. Das kommt uns ja sehr gelegen. Wir sind ziemlich außer Atem. Aber... Ich nehme mir dann auch noch... Eine Flasche mit dem Inventar. Fählen sind hier eine tolle Sache. Füllen... Na, komm. Unsere Lebensenergie komplett auf. Meine ich zumindest. Und das waren acht Herzen. Hm. Alles klar. Super. Jetzt haben wir schon mal... Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte so tun. Ähm, jetzt haben wir schon mal eine Fee. Das heißt, auch Endgegnerkämpfe werden jetzt ein bisschen einfacher. Aber... Wenn wir doch mal abkratzen sollten, ist das jetzt auch nicht mehr so tragisch. Ähm... Also... Gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück. Zu den Guronen. Und... Dass man wissen muss... Der Häuptling ist ein... Wie sage ich das? Ein Musiklieder. Und deshalb macht es auch Sinn, wenn mir... Ach, was bist du denn jetzt schon wieder? Ja... 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 Habe ich schon festgestellt. Ne... Ne... Warum? Nehme doch mal... Das Wegenlied. Vielleicht macht es ja irgendwas... Nö... 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 Nö...